moin moin tja 13 likes 12 dislikes also video ist gar nicht so scheiße hat auch einen haufen aufrufe 1800 auch weil das verhältnis so scheiße muss das video ja nicht ganz so toll sein wenn die hälfte das nicht gut findet oder wie ist denn das jetzt haben die das echt gedreht ja das verhältnis guckt man sitzt positiv vielen dank an euch hier für die für die likes es war ja gestern nur acht oder neun oder so es geht ja nie um likes leute ich bin echt am verzweifeln guckte mal was mir geschrieben wurde kann auch sein dass erst jemand gedisliked hat dann dass jemand anderen gezeigt hat der andere dem disliker sagte bist du bescheuert der hat doch recht und dadurch hat der disliker den dislike selbst entfernt kann mir auch gut vorstellen dass wenn bestimmte icons gebannt werden ebenfalls andere sachen entfernt werden weil ein teilnehmer der nicht dabei ist die statistik verfälschen würde ansonsten hast du recht wäre echt merkwürdig was willst du denn dazu noch sagen bringt sich überhaupt noch was kann ich auch so ein heli reden langsam verliere ich echt den glaube an alles der hat der fag also spielte ich mir natürlich nur ein dass meine aufruf zahlen gefallen sind oder spielte ich mir alles ein oh hier hatte ich auch mal eins mit 100 hier hoch mei ja es ist anscheinend zu kompliziert ich habe mir verleichter worden als stöne schweif mei ja